Wie ist die Ein- und Zweifamilienhäuser? Neben den Ein- und Zweifamilienhäusern decken wir mit unseren Produktlösungen heute auch Mehrfamiliengebäude ab oder auch leichtere kommerzielle Anwendungen. Wie wir das Ganze machen, wir benutzen dieselben Komponenten, die der Fachhandwerker kennt, kombinieren sie aber einfach mit einer optimierten Regelung als Kaskadenlösung. Wir haben hier mal ein Beispiel aufgebaut und wie einfach das Ganze geht, zeigt sich an diesem Regelungskasten. Es ist also wirklich sehr einfach zu verdrahten, sehr einfach zu schalten. Die ganze Logik der Betriebsoptimierung etc. ist bereits von uns hinterlegt. Auf die Art und Weise können wir Anlagen bis zu 100 kW, also bis zu sechs Inneneinheiten, sehr leicht miteinander kombinieren und dem Verwender quasi eine sehr kostengünstige, aber gleichzeitig wirtschaftliche und energieeffiziente Lösung anbieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017